Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind gerade noch auf dem Weg hier den Rest den wir hier noch haben könnten. Das hier zum Beispiel und die hier. Ja hier haben wir nur die Potions, aber die Sachen noch irgendwie zu verkaufen. Dafür brauchen wir einmal den hier. Und ich finde es schade, dass hier in Wairist kein offizieller Kleidungsgeschäft ist oder so, wo wir das Shirt hier verkaufen können. Aber dem können wir wenigstens die Dinger hier verkaufen. So. Und dann wollten wir auch noch mal hier in die Waffenläden, genau die beiden, nochmal gucken, ob die jetzt irgendwie andere Sachen aus Mitril haben oder besser. Ich will immer noch auf die daedrische Rüstung hier mich hinarbeiten. Der hat hier leider nichts. Elven Graves, aber wir haben ja Mitril. Auch wenn die schön aussehen, so ein Silbergold kombiniert. Aber das ist nicht das, was wir haben wollen oder brauchen. So, der hat hier ja auch nichts, was wir haben wollen. Die Frage, die ich mir jetzt aber wirklich stelle, ist, was jetzt eigentlich besser zwischen Adamantium und Mitril, das muss ich nochmal nachschauen. Habe ich bisher noch immer nicht gemacht. So, da hinten der Top. Ich hoffe, ich kann da jetzt den Shirt hier, den Long Shirt verkaufen. Oder warte mal. Ne, das ist ja unser. Den haben wir ja gar nicht an. Den brauchen wir nicht verkaufen. Dann können wir jetzt wieder zurück zur Diebesgilde, da sind ja noch zwei Quests, die ich unbedingt gerne machen möchte, ausprobieren möchte. So, wo waren die nochmal? Da hinten. Ganz südöstlich. Das ist auch ein schöner Platz hier. So, wie weit noch? Ja, die Champion Used Gear müssen wir noch eben dran vorbei. Zwar nicht rein, aber nur dran vorbei. Und dann müsste das jetzt gleich hier vorne sein. Da, da ist es. Da haben wir die Diebesgilde. Ja, hier sind die alle noch. So, und dann holen wir uns eine neue Quest. Hmm, let me see what tasks we have available. Please have patience and wait here for a moment, Max. So, der hier fehlt uns noch. Max, a simple game. An item in a house that needs lifting. Are you up for it? Yes. That's the spirit. As I said, nothing complicated about this job. A client wants to get a hold of a certain antique ivory piece, which currently resides in the Harpsmith residence here in Wayrest. Yes. You have two days to bring it to me for a finder's fee of 245 gold. Alles klar. Äh, Hira. Also noch hier in Wayrest. So, komm, wir fragen mal die gute Frau. So. So, bestimmt, äh, hier General. Und dann, Greenstone for Residence. Komm, wir fragen das. Äh, no, der und herverklug. Okay, dann nicht. So. Dann, ich glaube, wir müssen die mal blunt fragen hier. Äh, let me think for a minute. The Harpsmith residence is a way north west of here. Alles klar. So, fragen wir die nochmal. Of course, I'll help you. Just go north west of here. Okay, noch weiter nordwestlich. So. So, da hinten ist jemand, die können wir mal fragen. Vielleicht ist da hinten irgendwo. Hallo schöne Frau. Hier, äh, die Harpsmith residence weise. Of course, I know where the Harpsmith residence is. But I don't want to tell you the likes of you. Okay, dann halt nicht. Was mit dem netten Herrn? So. Sorry, I haven't got a clue. Ja, dann nicht. So. Der hier jetzt. Ask around some more friend. Someone's bound to know. Oh sorry, ich muss gerade öfters mal hier im Mikro kurz stumm schalten, weil irgendwie ich habe einen richtig ekelhaften Frosch gerade im Hals oder so, dass die ganze Zeit husten muss. So leicht räuspern. Kann auch sein, dass sie in dieser Aufnahme jetzt öfters mal mich vielleicht sogar kurz räuspern hört oder so. Also. Wir fragen die hier jetzt mal. So. I wish I could help you Max, but I know nothing about that. Okay, warum wissen die jetzt nichts mehr von denen? Hier, die schöne Frau bestimmt. So. So. That's easy, Max. It's east of here. Unless I'm mistaken. Also da hinten irgendwo. Jetzt kommt jetzt das hier. Ich hoffe, wir fragen die schöne Blonde. So. General. So. That's easy, Max. It's not fast to the east if you don't... Okay. So. Der hier bestimmt. Ah, nice. Das hier? Das hier? Das hier soll's sein. Okay. Guten Tag, der Herr. So. 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 We 메�isis. Was? Toll. Ich bin ein Killer. Und wo soll das Item jetzt sein? Ich habe keine Ahnung. Ist das es? Das sieht aus wie ein Stück von Ivory, Gondor-Gilfant, die dir zu Stil sendet. Werden wir jetzt nochmal attackiert? Oder in der Südosten? Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, weil ich den da gekillt habe. Oder die da. Okay, der ist nicht hinter mir her. Wir sind immer noch ein Common Citizen. Okay. Also ist jetzt nichts Schlimmes passiert in dem Sinne. Es ist halt nur jetzt jemand tot, aber schlimmer ist es jetzt nicht passiert. Zumindest für uns. So, wie weit noch? Da hinten, okay. Dann hier noch entlang und das müsste es, glaube ich, schon sein, oder? Nee, das müsste es sein. Genau, da sind schon die Schweinchen. Und Render. So, Max, what are you doing here? I don't know how you could botch such a simple job, but if you don't get yourself and that blasted Ivory out of town, we are all going to end up in the slammer. Or worse. I don't give a damn about your skin, but the thieves' guard has a reputation to uphold. We promise your client that item. Get over to Longwell, Vanuna, a husband, will meet you in the Kappa Heart Residence there. Don't screw up again. Was? Longwell. Longwell ist mein, okay. Dann suchen wir das mal. Longwell? Da hinten, okay. So, Longwell, sind wir jetzt da? Ah, okay, hier. Achso, gleich drei von denen. We know how to deal with murdering scum like you. Tadarian Gearsmith, just be careful not to get any blood in Dinin-Has-Lays-Ivory when you cut this not-throat. Toll. Ouch. Da hat uns einer erwischt. So, okay. Warte mal, jetzt. Wo muss ich hin? Kappa Heart Residence. Hier, äh, gute Dame. Of course I'll help you. Just go that way. South East. South East. Okay, die Richtung. Wie groß ist denn der Ort? Na, nicht besonders groß. Okay, also muss das hier irgendwo sein. Hier, du kannst dir bestimmt weiterhelfen, oder? Äh, gotta be somewhere around here. Okay, danke. Wo sind die anderen Menschen? Gibt's jetzt keine Menschen mehr? Wo sind die Menschen leiden hin? Wir sind auch immer ein ganz normaler Mensch. Nicht zum Wehrwollt mutiert. Okay, hier hinten sind die erst. Wir fragen die noch einmal. Äh, danke schön. Oder ihn. Ich habe wieder Pfeile gehört. So, wir fragen dich jetzt. Äh, the cup is rather somewhere not too far to the east. If you don't mind walking. Dann ihn hier nochmal. Hm, where's my east of you? Ja, okay. Ach, die schon wieder. Dann fragen wir den hier. So. Äh, don't know, don't care and don't wanna talk to you anymore. Goodbye. Dankeschön. Da hinten ist sie. Boah, und hier sind die anderen beiden? Ja, wir dürfen jetzt kein Blut auf, äh, auf den Gegenstand irgendwie kriegen. Wird deswegen jetzt ein bisschen problematisch. So, go on off. No east, no awful close. Äh, perfekt. Das kleine Ding da hinten. Okay. Und rehn da. Nein, das ist die falsche Person. Hier. Well, if it isn't Max the second, the in-app cat burglar, at least you managed to get through with the item. Say something about your brawn. If, if not your brains. You didn't actually expect to still get paid, did you? Yes? Okay, zurück nach Bayrest. Haben wir das vielleicht komplett verschossen jetzt? Haben wir zu lange gebraucht? Also, wir sind, okay, können wir ganz normal da Richtung Süden. So, dann, ich hoffe, wir haben das erfüllt. Ich hoffe, ich jetzt gerade wirklich, also, ähm, wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt es komplett verkackt habe. Wo war jetzt, hier, das da. Gehen wir jetzt mal rein. Und ich hoffe, ich habe die Quest doch erfüllt. So. Es ist erfüllt, aber ich habe kein Geld dafür bekommen, weil es zu spät war oder es mit Loot war. Immerhin haben wir hier wieder ein bisschen was zum Looten. So. Das nehmen wir auch noch mit. Können wir alles schön verkaufen. Ja, okay. Eine Quest haben wir ja noch für die Diebesgilde. Zumindest gerade. So, Get Quest. Drugs Delivery. Max, I got a job for you if you're interested. A little package needs delivering to Kirkwood. What do you say? Ja? Great, here's the package soms zu Zoom. It needs to be in Kirkwood as soon as possible. Entschuldigung. So, Gwynina Yimston will meet you there in the Greenslee residence. Be careful, if word of this shipment leaks out, we may have a bit of trouble with some freelance smugglers. Who thinks they own the business in Rayrest? Okay, dann liefern wir jetzt Drogen. Nach? Wohin? zu Kirkwood. Ähm... zu Kirkwood. Okay, wo haben wir Kirkwood? Da hinten. Dann reisen wir da jetzt mal hin. Und dann müssen wir hier jetzt die Greensmith Residenz finden, oder? Was? Greensmith? Greenslay. Wenn hier auch mal Menschen wären. Kann ich mir da trotzdem noch quatschen? Hmm... Gefällt mir gar nicht gerade. Warum sind wir jetzt schon wieder ein Wehrwolf? So, ein bisschen abwarten. So. Was? Was für ein Nightblade? Hier sind Nachtlinge dann hier? Ah, da. Äh, ne. Kann ich jetzt gerade nicht machen. Noch tut er uns nichts. Jetzt sind Gegner in der Nähe. Die beiden sind Feinde. Okay. Ja, lassen wir mal die beiden gegeneinander kämpfen. Kann ich jetzt die Lykontropie aufhören bänden? Okay, Lykontropie ist für mich jetzt erstmal zu Ende. Äh, so, okay. Der greift mich aber nicht an. So. Noch mal ein bisschen warten. 10 Stunden. So, wo ist der nächste Gegner da hinten? Hm. So, nehmen wir auch noch mit. When you are a thief's guide, Tux is going to learn that we control the Susan business around Wehrwolf. Okay. Okay. Was sagt denn die Uhr? Okay. 4 Stunden müssen wir noch auf jeden Fall. Oder 5. Wo ist wieder ein Gegner? Da. Ist das ein Gegner? So. Ah, okay. Ähm. Genau, dann packen wir das alles mal da rein. Und dann nehmen wir das mal mit. So, wie spät? 3 Uhr. So, nochmal 4. Wo sind die ganzen Gegner? Wo sind die ganzen Gegner? Komm, wo komm. Da. Autsch. So. Immer nur Assassin's. Also Assassin's. Attentäter. So. Nochmal 3. Ah, Leute. Ich will wieder Tag haben, damit ich hier. Yo. Und schuldige, muss ich auch noch demnächst wieder jagen. So. 5 Uhr. Jetzt noch 2 Stunden. Ach, kommt schon. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Da. So, aber. Hier sind wieder Menschen. Dann kann ich jetzt hier. Das hier sucht. Das ist nicht euer. Ich denke. Äh. Da lang. Aber der hier hat uns bisher jetzt noch nichts getan. Das finde ich gut. So. Also hier muss das jetzt irgendwo sein, ne? Fragen wir mal die schöne blonde. Frau. So. It's me pleasure, Sir Max. It's south-west of where we are standing. Südwestlich. Okay. Also kann es vielleicht das hier sein. Oder das da. Oder das da. So. You gotta go very nearby. Here I'll show you. Ah. Nice. Oh. So. So. Dann jetzt hier links. Und was? Da müsste es jetzt sein, oder? Ja. Hier ist der Eingang. Muss ich mit dem quatschen? Nein. Das ist aber auch ein schönes, großes Haus. Okay. Aber wir gucken erst mal unten. Hier war ja noch eine Tür. Okay. Jetzt können wir nach oben. Hier ist auch niemand. Dann hier bestimmte. Ähm. Die hat keine Hose. Aber die sind auch nicht. Okay. Wen muss ich suchen? Mit wem muss ich quatschen? Ähm. I'm on my way to Kirkwood with the shipment of Susan for Gwynina Jumston, who will meet me in the Greenslay Residence. I was warned to watch out for Thugs from Arrival's Smuggling Ring. Habe ich hier aber jetzt alle Räume durchsucht? Hier für... Was soll ich hier sein, bitte? Hier hinter ist ja irgendwie noch ein Raum. Das ist die nicht. Die ist hier nirgends. Ist das das Richtige? The Greenslay Residence. Das hier. Gibt es da vielleicht noch einen anderen Eingang? Nee. Das ist schon das Richtige Haus hier. Habe ich es verkackt? Ich hoffe, ich habe es nicht verkackt. Die ist es ja nicht. Ähm. People. I wear Gwynina Jumston? Never mind. Vielleicht weiß er, wo die ist. Ähm. People. I point me toward Gwynina Jumston? Never mind. Okay, Frank Warden hier. People. Go on and find a friend or someone who knows something. i'm ain't either die hier what you're going to want to do is to go west of here i think westen fragen wir mal die schöne blonde hier wieder mal eine hier you always done good for me and mine sir max it's west of here die vielleicht sorry i haven't got a clue dusty vielleicht you see a night blade okay uh here nochmal sorry friend i can't help you there so nochmal i wish i knew max uh could be in a way okay das war schon eigentlich das richtige gebäude bin ich der auffassung auf jeden fall nicht das hier sondern welches war es jetzt das da so komm wir gehen vielleicht mal kurz hier rein können da vielleicht was verkaufen so sell so was haben wir denn noch hier das alles und dann müsste es jetzt noch was auch dieses hier oder greenslee residence ich glaube ich habe es verkackt weil ich hier ist keine ich glaube ich habe es auch immer wie auch immer wie auch immer was was war ich hier ach so die tür was war ich hier ach so die tür irgendwie das wäre jetzt echt geil gewesen wenn hier eine geheime tür wäre so bitte kannst du mir helfen wenn du noch ihm so uh i'm afraid that means nothing to me max sorry i haven't got a clue uh to be honest i couldn't really care less sorry i don't have the first clue i'm afraid now you'll excuse me um um ich will die quest abgeben leute begin ja pardon but that's such a stupid question i don't think i should have have that answer so listen i don't give direction to people to talk to me like that Leute ich brauche doch nur Hilfe muss ich hier vielleicht mit denen normal reden now i don't have a clue so uh gotta be somewhere around here immerhin jetzt mal jemand der ein bisschen hilft okay okay uh sorry i couldn't meet you in kirkwood as planned the heat got too intense for me to wait around i've arranged an alternate drop in wad 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 Be warned that today is Jester's Day in the Hamlet of Word removed and pranks are being set up from one end to town to the other. It is as if a spell has been cast over the community, for even the most taketun and dignified councilman might attempt to play a draw on his king. The thief's guide finds particular attention to everyone who looks for pickpockets in particular. Was? Ähm. Ich hab das noch, okay. Hm, ich remove mal das hier alles trotzdem mal. Ach nein! Ich hab das jetzt alles an den Boden geschmissen, statt in den Wagen. So, dann jetzt hier das alles. Ich bin so ein Genie gewesen. Das wär jetzt echt bitter gewesen. Das ist jetzt aber echt super. So, was muss ich jetzt hier suchen? Welch ist The Hawksley Residence? Die Residence, äh, also die Wohnhäuser heißen hier irgendwie auch gefühlt alle gleich. Aber wenigstens gibt's hier auch noch ne Diebesgilde. Ja, ich weiß, ich muss die Unschuldigen wiederjagen. Hier schöne Dame. Ähm. Okay, dann halt nicht. Was mach ich mal hier bei der schönen Dame in Blunt? Ähm, Blunt? So, I guess I can tell you it's north-east of here, unless I'm mistaken. Nord-östlich. Okay, die Richtung. Immerhin. So, dann muss es hier irgendwo sein. Ich hoffe, eins von denen. So, wo sind jetzt die Leute hier? Da. So, ich hoffe, der kann mir helfen. Äh, Freak. Danke. Schöne Dame. Bitte sag mir, wo ist denn das? Das ist south of here. Ah. Das ist das. Nee. Mir fällt nix ein. So, simple. You'll find... Äh. Ah. Perfekt. Das hier ist es, oder? Ja. So. Hier muss die schöne Dame sein. In grün. Da ist sie. Oh. So. I'm glad you made it true. These Amateurs don't stand a chance against your organization. Here is 188 gold for your service. Good work. Dankeschön. Da bin ich echt froh drüber. Komm, wir gucken uns mal das Haus auch noch an. Hier geht's auch noch nach oben. Okay. Okay. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück nach Bayrest. Oder wir schauen uns mal hier auch nochmal den Einladen an. Nordwestlich von hier. Mal gucken, was es da zu kaufen gibt. Wenn ich den Laden überhaupt finde. Achso, das ist der. Hier ist der Eingang. So. Was hat der denn so im Angebot? Okay. Meistens nur Klamotten. Und du hast einen Short Sword. Okay. Dem können wir was verkaufen, oder? Nein. Dem können wir nichts verkaufen. Wir brauchen Schmied. So. Dann gehen wir aber wieder mal zurück nach Bayrest. Hier hinten. Vier Tage. So. Was sagten, äh, Dings hier? Vier Gesundheit haben wir noch. Wir machen dann lieber hier ganz schnell ein Save Game. Und dann müssen wir uns ganz kurz in den Wehrwolf verwandeln. Sobald wir ein paar. So. 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 Einwohner hier sehen. Ein paar mehr. Ein paar mehr. Einer reicht mir nicht. So. Zwei reichen auch nicht. Zwei reichen auch nicht. So. Okay. Hier kommen wir schon. Ah, perfekt. Äh, ne. So. Spellbook. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber ich muss das machen. Tut mir leid, schöne Frau. Tut mir leid. Aber das müsste sein. So. Ähm, genau. Und hier die wieder aufsetzen. Jetzt. Wie sieht meine gesunde aus? 136. Immerhin. Immerhin haben wir das wieder. Aber das muss man ja machen. Weil wir ja Werwolf sind. Und so. Ich weiß nicht. Kann man hier auch Vampirismus. Hier allein. Ja, ich glaube schon, oder? So. Komm. 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 Wir gehen jetzt hier rein. Falscher Laden. Hier wollten wir nicht rein. So. Wir müssen. Ganz weit jetzt Richtung Süden. Wie sieht's jetzt eigentlich mit, den Dingen aus? ''Norger princess of various'' wir haben von der immer noch keine vernünftige fest jetzt bekommen also keine neue und ich weiß jetzt auch nicht was ich machen kann haben wir von der haupt story hier vorankommen außer hier einen dann nach dem anderen abzuschließen in der hoffnung dass wir irgendwann mal eine quest bekommen eine hauptquest so okay hier müssen wir jetzt für drei stunden läutern und wir schauen mal ja die haben war leider nicht aber wir können dem hier alles verkaufen dass wir jetzt auf dem wagen haben an den dingen so das wird aber auch freundlich geld geben gleich ok so was können wir noch wissen die richtung so müsste jetzt der laden sein da unten das ist der schon oder ja kann ich auch nee dass das hier so den kann wir jetzt noch den rest verkaufen hier die dinger was hat er hier hat er irgendwas aus mit mir oder adamantium oder ähnliches die haben ja manchmal richtig guten stuff mit viel bettel ex wir bleiben beim longsword erst mal so wir haben jetzt aber noch ingrediens die noch weg müssen und dafür müssen wir ja in die richtung gehen so ich darf ja auch nicht vergessen mein kaffee aufzutrinken ansonsten wird er wieder kalt ist ja schon jetzt sehr sehr lauwarm geworden und er war ja vorher noch richtig heiß so jetzt gehen wir noch die dinger sonst hätten wir nichts alles klar und hier im norden gab es ja noch die zwei waffenläden da wollen wir auch noch einmal reinschauen ob der hier irgendwas hat mit riegel kriegsamer ok aber mehr auch nicht aber mit riegel wird auch immer häufiger so ein moment wir können ja items hier reparieren ziehen wir einmal alles aus schön sehen wir aus denn nicht der ok alles klar ok haben wir jetzt einmal alles repariert sehen wir echt schön aus wirklich so ist besser hat man hier geguckt ja wir hatten hier schon geguckt alles klar dann würde ich sagen noch einmal kurz zur bank unser geld da reinschmeißen aber ich habe so ein gefühl die kriegergilde beziehungsweise die rosengarde drachengarde und so weiter die sind die gilden die bisher am meisten ja was was bringen ok die bis gilde habe jetzt noch nicht noch keinen rang aufgestiegen ich weiß jetzt nicht ob das mir irgendwas bringt deswegen würde ich auch sagen in der nächsten folge werden wir auch noch mal so alter wie für zwei ja geld haben wir auf jeden fall schon ordentlich was gesammelt aber in der nächsten folge werden wir noch ein bisschen weiter die diebesgilde machen und dann schauen wir mal was passiert wenn wir da einen rang aufsteigen was wir dafür vorteile haben dann würde ich sagen wenn wir mal die folge für heute vielen dank dass ich wieder mit dabei war ich bin's euer max deus und ciao naja kloufte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020